KITCHEN ASKS Freunde? Ha, du meinst wohl eher Superfeinde. Ah ah, genau das Gegenteil. Wir sind Superfreunde. Sieh mal einer an. Scheint, als würde mein Gegenteilstrahl langsam nachlassen. Vielleicht braucht ihr alle eine kleine Auffrischung. Applaus für den Meister! Nein! Supergekuschee! Was? Meister! Komm schon, Gegenteilstrahler. Hab keine Angst mehr vor mir. Käpt'n Schlaumeier ist hier. Wie kann ich helfen? Wow, danke Käpt'n Schlaumeier. Aber ich denke, wir kommen zurecht. Wirklich? Aber diese Schlitzohren, Nachtpanther und Düstereule laufen noch frei herum. Das wird langsam echt seltsam. Damm-di-damm-di-damm-di-damm-di-damm-di-damm-di-damm-di-damm-di-damm-di-damm. Damm-di-damm-di-damm-di-damm-di-damm-di-damm-di-damm-di-damm-di-damm-di-damm. Hä? Da sind sie. Okay, Superkumpel. Bringen wir diese Schurken zur Strecke. Ähm, okay. Wieso nicht? Hey, Nachtpanther! Düstereule! Hier drüben! Wir haben Gesellschaft! Holen wir sie uns! Käpt'n Schlaumeier kommt zur Rettung! Nachtpanthers Streifen! Okay rum, Käpt'n Schlaumeier! Aha! Und das Gute triumphiert über das Böse. Das habt ihr nur Käpt'n Schlaumeier zu verdanken. Ähm, gut, okay. Was ist denn passiert? Ich kann mich an nichts erinnern. Oh, was für ein Glück. Ihr seid wieder normal. Okay, Ninja Linus. Los, folgt mir! Upsi, war ich das etwa? Oh! Roboter, bring ihn ins Labor, bis die Wirkung der Straß nachlässt. Ja, Meister. Dann schnappen wir uns Gekko! Romeo macht auch mit? Ich wusste, da ist was im Busch. Das ist meine Chance, den PJs zu zeigen, dass ich einer von den Guten bin. In Gürteltier-Manier! Hahaha! Komm und fang mich doch, Federchen! Hahaha! Juhu! Ja! Probieren wir Romeo's Stinkeschwall aus. Das wird Eulett sicher nicht gefallen. Feuer frei! Achte das nächste Mal darauf, dass du in die richtige Richtung zielst! Hä? Cap Boy! Gekko! Passt auf! Hahaha! 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 Hey! Wo ist Eulett? Hä? Oh-oh! Klebe Klatscher! Festhalten! Oh! Ja! Oh! 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 Feuer! Oh! Huuuh! Nein! Das war ein Volltreffer! Und jetzt passt auf! Hey! Lass das sein! Hahaha! Ich bin an der Reihe! Oh, das macht Spaß. Mir gefällt mein neuer Schlegel. Ich habe euch euren Wunsch erfüllt. Gebt den Schlegel zurück. Er gehört mir. Und ich sage, wenn ich damit fertig bin, nur noch ein Befehl und dann gebe ich ihn zurück. Vielleicht. Geht's euch gut? Wow, der Drache ist gemein. Vielleicht ist er gezwungen, das zu tun, was Nachtninja fordert. So oder so, wir müssen Nachtninja irgendwie den Schlegel wegnehmen. Aber wie? Wir kommen nicht nah genug ran. Ich habe eine Idee. Ihr beide lenkt Nachtninja ab. Ich versuche ihn vom Gong wegzulocken. In dem Moment flitzt du Catboy hin und schnappst ihn dir. Alles klar. Super-Gecko-Tarnung. Was haben diese peinlichen PGS jetzt wieder vor? Ist auch egal. Sie haben keine Chance gegen den Drachengong. Hey, hier drüben. Hier. Hier. Nein, hier. Eulenflügel weg. Beschütz mich. Das nennst du Wind? Mach dich bereit, davongefegt zu werden. Vom Drachenatem. Jungs, helft mir doch. Ich komme. Super-Katzen-Sprung. Super-Gecko-Muskel. Danke, Gecko. Gut gefangen. Kein Problem. Den Schlegel zu kriegen ist nicht so leicht. Was sollen wir nur tun? Eulen Augen. Flatternde Federn. Er hat alles geplant. Das stammt auch aus dem Museum. Sieht es jetzt nicht viel besser aus? Äh... Nein? Sicher doch. Seht euch nur diese anmutigen Klatscher-Formen an. Wisst ihr, was man draufhaben muss, um so einen fliegenden Klebeklatscher zu bauen? Die Sachen aus dem Museum. Die Ninja-Li muss verteilen sie in der Stadt. Er wird alles mit Klebeklatschern bedecken. Das wird die beste fliegende Flummi-Klebeklatscher-Aktion aller Zeiten. Eure Klasse wird nicht das langweilige Museum besuchen. Ihr kommt alle zu mir und bewundert meinen unglaublichen Flummi-Klebeklatscher. Meine! Meine! Das wäre aber ein furchtbarer Klassenausflug. Keine Angst. Wir kriegen das hin. Ich habe gerade einen Lauf, richtig? Du fliegst ihnen hinterher, Eulett. Catboy, du läufst. Und ich... Katzenohren! Geht zum Rätselberg und haltet euch an dem Plan. Der Rätselberg. Da wollen sie hin. Ist alles Teil des Plans. Aber die Klatscher sind in der Richtung. Woher kennst du den Plan? Weil ich ihn gehört habe. Was denn? Nachtninja hat Plan gesagt. Das könnte alles Mögliche heißen. Siehst du? Die haben ganz sicher etwas auf dem Berg geplant. Du musst sie verfolgen. Ich? Aber... Ich muss hinter den Klatschern her und Eulett muss Nachtninja in der Luft angreifen. Somit bleibst nur du, um rauszufinden, was diese Ninjalinus vorhaben. Also gut von mir aus. Super Katzen-Tempo! Super Eulett-Klügel! Schon unterwegs! Juhu! Schlitternde Schlange! Sie dürfen dem Schurken folgen und ich darf nur seine Helferlein verfolgen. Äh! Katzen-Ohr! Folgen wir ihm! Wartet! Wenn der Ring auf dem Gipfel ist, fliege ich einfach hoch und hole ihn. Ein Kinderspiel! Plan B? Das war Plan B. Zurück zu Plan A. Folgen wir den Ninja! Es ist fast so, als wäre der Schlamm vermischt mit... Nachtninja entkommt uns! Wir lassen die Geländebikes hier. Gehen wir! Eulenaugen! Ich kann den Waldrand direkt vor uns sehen! Eine Abkürzung? Gut, wenn du dir so sicher bist, dann geh doch vor. Wer weiß, was für Kräfte Nachtninja bekommt, wenn er als Erster den Ring hat. Du kannst drauf wetten, dass ich ihn als Erster kriege. Und wenn ich ihn habe, glaube ich nicht, dass ihr Pyjama-Plagegeister noch eine Chance gegen mich habt. Und bis dahin, beschießt sie! Super-Gekko-Schilde! Gibt es noch einen anderen Weg? Hier muss es jede Menge Geheimdurchgänge geben. Du bleibst hier und schickst sie in die falsche Richtung. Schau mich nicht so an! Wir kommen zurück und holen dich! Höchstwahrscheinlich! Wo sind sie lang? Also dann hinauf! Catboy, warte! Der mutige Catboy auf dem Weg zum Gipfel! Der Ring der Ninja-Lichkeit wird ihm gehören! Psst! Wir haben keine Wahl, wenn wir PJ-Robo retten wollen! Die PJs bringen mich an, mein Ziel? Das war echt ein Kinderspiel! Ha! Ich bin gut in diesen Rätseldingen! Können wir nicht einfach versuchen, die Höhle zu finden? Es sind überall Ninja-Linus, Gekko! Selbst wenn wir in die Nähe von PJ-Robo kommen, würden sie ihn woanders hinbringen. Wahrscheinlich! Da muss der Ring sein! Seid vorsichtig, Leute! Und wo sollen diese Fallen sein? Ich kann sie nirgendwo sehen! Ah! Ah! Super Katzenstreifen! Ich hab die Fallen gefunden! Mich werden sie aber nicht erwischen! Super-Ollen-Plügel! 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 Drachen-Zungen-Klatscher! Super-Gecko-Muskel! Ich weiß nicht, wo die Löcher hinführen und will es auch nicht herausfinden. Euer Kegel! Puh! Sind wir jetzt in Sicherheit? Versuchen wir es nochmal. Es ist unsere einzige Schoss, PJ Robotson. Wir springen, Leute. Wir springen. Bis zum Mond. Sie sagten, der Mond würde sie verwandeln. Vielleicht glauben Sie, wenn Sie näher an ihn herankommen, dass... Mehr Kräfte. Dichteres Fell. Meine Reißzähne werden länger. Mein Verstand wird... Hoffentlich mal ein paar Ideen haben. Ja, schlauer. Verwandeln wir uns in echte Wölfe. Echte Wölfe? Die sind schon böse genug. Und wenn sie noch mehr Kräfte bekommen... Ich glaube nicht, dass Wehrwolfen so funktioniert. Wie willst du das wissen? Du bist eine Eule. Auch wenn es nicht funktioniert, werden Sie dabei meinen Katzenflitzer schrotten. Es geht hier nicht nur um deinen Flitzer. Es geht immerhin um unsere Stadt. Bei meinen Katzenschnurharen. Ich weiß, wie wir meinen Flitzer zurückbekommen. Treffen wir uns im Hauptquartier. P.J. Robo, zeig mir, wo die Wölfis sind. Gekko, schau an! Gekko, du musst das Seil werfen. Okay. Eins, zwei, drei, jetzt! Super Gekko-Muskeln! Dreh das Hauptquartier, P.J. Robo! Flatternde Federn! Ich glaube, es hat funktioniert! Hey, ihr habt unser Auto geklaut. Das ist mein Auto! Ach ja? Und warum sind wir dann darin zum Mond gesprungen? Bis dann, Wauwau! Ja! Macht Platz für den König! Ich hab meinen Stoff! Mir geht's gut! Oh nein! Schon gut! Wir machen das! Oh oh! Schließ die Tür! Super Gekko-Muskel! Wölfisicher! Also gut. Setzen wir den großen Kerl wieder zusammen. Der Knochen kommt vielleicht dahin. Und der kommt wohl darüber. Und der Kleine gehört dorthin! Da! Da! Und da noch einer! Aber die witzigen Vorderarme gehören doch zum T-Rex. Und die Riesenflügel zum Pteranodon. Wir schaffen das. Es ist nur wie ein großes Dinopuzzle spielen. Ähm, erledigt! Geck an der Gekko! Es ist nicht perfekt. Das ist eine Dino-Katastrophe! Hä? Wo sind die Wölfis hin? Hä? Die Knochen sind auf einmal lebendig! Scharfe Krallen, fletschende Zähne. Das Ding sieht aus wie ein ziemlich alter Wolf! Hä? Haben Wölfe wirklich Flügel? Nein, Kevin! Aber abgesehen von den Flügeln sieht er aus wie ein Wolf! Mein neues Haustier! Ein Wolfosaurus! Hey! Komm da runter! Diese Knochen sind prähistorisch! Das bedeutet alt! Oh ja! Gewonnen ist gewonnen! Äh, Heula, das sieht nicht wirklich aus wie ein Ei! Es sieht aus wie eine... Rohe Zwiebel! Hahaha! Fellversager! Catboy wirft! Er trifft! Wir sind die Gewinner! Klasse! Alle gefunden! Jede einzelne! Süße, äußerst köstliche! Leckerei! Mh! Nur einen kleinen Bissen! Heiko! Nicht! Schokoladen-Eier! Entschuldigt! Ich konnte einfach nicht warten! Schnell! Catboy, wir lenken sie ab! Und ich bringe die Eier durch die Hintertür in die Schule und bewache sie! Bewachen! Nicht verschlingen! Verstanden? Warte bis morgen früh! Es wird sich lohnen! Ich verspreche zu dienen und zu beschützen! Einen Flügel weg! Die Wettervorhersage? Schokoladenwind! Also so ein Wetter gefällt mir! Riesen-Ei-Taler! Jupp, jupp, jupp! Mir geht's gut! Juhu! Keine Sorge, Aya! Bleibt einfach, wo ihr seid und ihr seid in Sicherheit! Ich passe auf euch alle auf! Auf jedes einzelne, leckere, schokoladige, samtige von euch! Boah! Halt dich zurück, Gekko! Du hast es versprochen! Nein! Puh, reiß dich zusammen! Du bist gut, du bist der Beste und du schaffst das! Ich krieg dich schon, Romeo! Ach, komm schon! Du kannst mich nicht fangen, kleiner Frosch! Doch, kann ich! What's up! Oh nein! Wenn ich mir vorstelle, was das alles anrichten könnte! Netter Versuch! Leider entspricht dein Eidechsen-Schwimmstil nicht den Anforderungen! Ach, findest du! Vielleicht solltest du lieber Wände hochklettern! Bist du schon müde? Armer, kleiner Zitteraal! Kapiert? Du zitterst ja schon! Ich werde dich aufhalten! Du nennst dich ein Anführer? Ich dagegen werde mit meiner Leichtkrautkraft die Welt beherrschen! Nein! Und deine Freunde, die dumm genug waren, dir zu folgen, werden für immer in der Höhle festsitzen! Ah, gib nicht auf! Nichts kann den Meister der Tiefe aufhalten! Was? Wo kommt diese Kraft her? Aber... Ich... Wow! Hä? Aber... Was? Ich muss Luna Girl von da weglocken, sonst stecken wir beide in Schwierigkeiten! So, die neue Linse macht mein Mondportal zehnmal so stark wie vorher! Rühr dich nicht von der Stelle! Warte! Du hast es repariert? Repariert? Nicht ganz! Ich hab eine stärkere Linse eingesetzt! Dann... Ist es vorbei? Nein, noch nicht! Du hast es kaputt gemacht und ich hab's repariert! Du bist mir was schuldig! Aha! Ich hab keine Ahnung, wovon du da redest! Ja, wir wissen, dass du es kaputt gemacht hast, Luna Girl! Moment! Sie wissen es nicht? Wissen was? Nichts! Rein gar nichts! Geh einfach von dem Teleskop weg! Nein! Nein! Ich hab's repariert und ich öffne jetzt damit mein Mondportal! Und ihr könnt mich nicht davon abhalten! Ach, nein! Nein! Motten, fangt sie! Oh! Oh! Pass auf das Teleskop auf, Ouellette! Oh nein, vergiss es! Ah! Nicht schon wieder! Ich hab's! Ja! Dieses Mal konntest du es nicht zerstören! Zum letzten Mal, Plagegeister! Ich war das nicht! Wer denn sonst? Ja, weil nur du und Ouellette waren... Es ist wahr, Luna Girl hat es nicht kaputt gemacht, sondern ich... Was? Ich hab mich nur daran angelehnt und dann ist es umgefallen! Es war in Versehen! Warum hast du uns das nicht früher gesagt? Ich wusste nicht, wie ich es sagen sollte! Es war leichter, die Schuld auf Luna Girl zu schieben! Für gewöhnlich ist sie die Böse! Aber das war falsch! Ich bin keine Heldin! Und? Und sie hat auch das Teleskop repariert! Was? Und? Und ich entschuldige mich, dass ich nichts gesagt hab, als es passiert ist! Schaut mal da! Können wir ihn behalten? Ich wollte schon immer einen Welfi-Bot als Haustier! Ja, er könnte nützlich sein! Zeig uns alles, kleiner Welfi-Bot! Hey, hör auf damit! Das kitzelt! Ha, 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 ha! Uns wirst du nicht los! Also, wenn du nicht nett bist und tust, was wir sagen, kannst du was erleben! Richtig, Heuler? Also, ich zieh mir jetzt erst mal dieses riesige Videospiel rein! Ah, cool! Ha, ha! Ich will aufspielen! Nein! Nein! Hey! Das ist kein Videospiel! Das ist sicher die Steuerung von unserem neuen Welfi-Bau! Ich werde jeden Knopf drücken, bis ich weiß, wie man die Tür schließt! Auch wenn der ganze Laden dabei kawumm macht! Ha, ha! Ha, ha! Ah! Aa! Ha! Ha! Ich mache meinen mit Wölfiebeeren. Für mich Erdbeere. Hast du vielleicht auch Kiwi-Ananas? Wir sind ausgesperrt. Ich schleiche mich durch eine Luke rein und mache euch auf. Super Eidechsen-Riff. Wow, echt werwolfstark. Klasse, Wölfiebott. Echt lecker. Oh, Partymusik. Super. Ja, guckt mal, Leute, da läuft sogar ein Superheldenfilm. Hä? Das sind die Pyjama-Kids. Die wollen hier einbrechen. Haltet sie auf. Es muss hier doch irgend so was geben wie ein Kraftfeld. Es ist ein Phantom-Kürbis. Ja, hinter uns. Ah! 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 Meine Süßigkeiten! Lass ihn liegen! Ah! Ah! Okay, Captain Cameron. Geh auf Lichtgeschwindigkeit und schnapp dir den Geist. Ah! Ah! Das ist kein Geist. Es ist Lunagirl! Hahaha! Sie hat es auf die restlichen Süßigkeiten abgesehen. Gib mir Deckung! Ich mach das! Was? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Leichte Beute. Holt euch die Süßigkeiten. Ich glaube, wir müssen auch ein paar Tricks anwenden. Die Süßigkeiten gehören dir nicht. Wer sie findet, darf sie behalten. Und jetzt hab ich sie alle. Tja, noch hast du nicht alle. Im Hauptquartier haben wir viel bessere Süßigkeiten. Klopf doch da mal an. Hm. Ich nehm mir einfach die Sachen und spiele nicht Süßes oder Saures. Okay, macht euch bereit. Operation Schreckmutprobe startet jetzt. Hallo. Was? Gibt's denn hier keine Klingel? Süßes oder Saures? Gib mir süße Sachen, sonst wird's hier gleich krachen. Und ich werd ganz laut lachen. Rudelrauferei. Wir müssen als Erste bei der Hütte sein. Super Katzentempo. Wow. Wir haben alle Süßigkeiten gefunden. Ja. Klasse. Aha. Ich hab euch auf frischer Tat erzappt. Es ist nicht so, wie es aussieht. Bei den Ringen des Saturns. Lasst die Süßigkeiten fallen und stellt euch der interplanetarischen Gerechtigkeit. Autsch. Sorg einfach dafür, dass die Kinder ihre Süßigkeiten zurückbekommen. Und ihr hattet tatsächlich die Nerven, euch als Superhelden zu verkleiden. Zack, wer? Hast du überhaupt eine Ahnung? Du darfst dich nicht verraten, Gekko. Aber er, er streicht den Ruhm ein für alles, was wir tun. Und er glaubt, wir hätten die Süßigkeiten geklaut. Das ist so unfair. So viele Tüten voller Süßigkeiten. Ich könnte die doch eigentlich auch für mich behalten. Oder auch nicht. Flatterne Federn. Was machen wir jetzt? Cameron darf uns nicht in Aktion sehen. Bleibt hier und wartet auf mein Zeichen. Würdest du uns verraten, was du mit unseren Süßigkeiten machst? Ähm, du kannst es schaffen. Das sind nur Kostüme. Du bist Captain K-K-K-Kameron. Hör auf zu stammeln und her mit den Süßigkeiten. Bleib stehen. Zwingt mich nicht, meinen Super-Tornado-Weltall-Kick einzusetzen. Sag bloß, du bist ein neuer Superheld. Ja, ich bin Captain Cameron. Interplanetarischer Held aus den Tiefen des Weltalls. Keine Autogramme, ich bin auf Mission. Wow, warst du schon auf dem Mond? Noch nicht. War viel los heute Nacht. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich muss schnell von hier verdurften. Wusch, wusch, wusch. Tschika, tschika, tschu, tschu. Tschika, tschika, tschu, tschu. PJ Robo in 3, 2, 1, start frei. Okay, PJ Robo, beginne mit der Transformation. Und los! Tschika, tschu. arseherika. Er, ist noch absolut. Nee, tänker, Wellness. Nächster Halt, der Mond. Mal sehen, was das Raumschiff so alles kann. Müssen wir denn wirklich zum Mond fliegen? Ich meine, was ist, wenn Luna Girl nur so tut? So lassen wir die Stadt unbeschützt zurück. Das können wir nicht riskieren, Gekko. Komm schon, du bist doch sonst so abenteuerlustig. Das wird klasse. Wer weiß, was da draußen ist. Das ist ja das Problem. Gut. Gekko, hast du den Kurs eingegeben? Gekko? Hä? Oh, ja. Kurs eingegeben. Wir sind bereit. Wenn ich erst mal auf dem Mond bin, werden die Dinge anders laufen. Mit neuen Kräften kann mich niemand mehr aufhalten. Nicht mal die PJ Masks. Oh, da ist dein Tod im Fallraumschiff. Halt. Was? Ich hab's. Ich brauche königliche Untertanen, die mich vergöttern. Wieso schwingst du nicht einfach deinen Stab und zauberst welche her? Weil es nicht so läuft, mein kleines Fellknäuel. Stellt euch vor, alle, die ihr kennt und liebt, wären gezwungen, meine treuen Untertanen auf dem Mond zu sein. Für immer. Das warst du nicht. Ach nein. Und wer will mich aufhalten? Wir natürlich. Wirklich? Dann viel Glück. Psst, hier oben. Keine Sorge. Ich hol euch ratzfatz hier raus. Super, Gekko-Tano. Sei vorsichtig, Gekko. Hey! Wer ist da? Verschwinde, Gekko. Oh, oh. Na, wen haben wir denn hier? Oh, das ist perfekt. Bald schon hab ich eine Sammlung an PJ Masks, die ich in meiner schicken neuen Festung ausstellen kann. Ich hoffe, dir gefällt dein neues Zuhause, Gekko. Warte. Was meinst du damit? Es ist doch ganz einfach. Ich stelle euch aus, so können meine königlichen Untertanen meine Schätze bewundern. Königliche Untertanen? Frag nicht. Also, schön stillhalten, kleine Eiwechse. Oh nein. Ich bleib auf keinen Fall hier. Werden wir jetzt sehen. Lauf, Gekko, lauf! Den Tier mit Amorphosförder. Damit kann ich jeden in ein Tier meiner Wahl verwandeln. Okay, aber wieso? Wisst ihr, ich wollte schon immer ein Zoo. und der Roboter ein Haustier. Also dachte ich, wieso verwandle ich nicht alle in der Stadt in Tiere? Oh, richtig. Ja, und dann übernehme ich die Weltherrschaft. Tja, das wird nicht passieren. Oh, wirklich. Ich mag Catboy, die Katze, Meister. Darf ich ihn behalten? Darf ich, darf ich, darf ich bitte? Wieso nicht? Aber dann musst du dich sehr gut um ihn kümmern. Das heißt, füttern, Dreck wegmachen. Das werde ich, Meister. Versprochen. Romeo, verwandle mich zurück. Jetzt, wo ich dich dem Roboter versprochen habe? Äh, nein. Und es dauert nicht mehr lange. Dann bekommt mein Zoo auch noch eine Eiwechse und eine Eule. Gekko, Gekko, Gekko. Ich hole Catboy zurück. Was tust du da? Willst du für immer eine Eidechse im Romeos Zoo werden? Wir brauchen einen Plan. Oh, Freundschaft, ja. Wir laufen, Roboter. Superkräfte oder nicht, ich bin trotzdem schnell genug, um zu entkommen. Bis dann. Oh je. Sieh mal. Bei meinen Katzenschnurharen. Tentakel? Ist das so eine Art Oktopus? Oktopusse leben nicht in Kanälen. Und diese Tentakel sind glänzend und aus Metall. Roboterarme. Romeo und sein Roboter. Sie sind unter Wasser. Die Arme sind wirklich überall. Und stehlen Sachen. Nehmt alle euer Fahrzeug. Du kommst auch mit, PJ Robo. Wenn die Arme von dem Roboter überall sind, müssen wir auch überall sein. Und das heißt auch unter Wasser. Siehst du, PJ Robo, unter Wasser ist meine Welt. Das wird ein Eidechsen einfaches Kinderspiel. Und das wird ein Eidechsen. Vorsicht, Jungs. Wow. Wow. Fellballattacke. Weiter so, Team. Hä? Hm? 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 Stimmt! Alle geklauten Dinge sind aus Metall. Wieso will der Robert das hier haben? Ich tauch wieder ab und finde es heraus. Los Gekko, zeig dem Roboter, wer ein echter Meister der Tiefe ist. Wir kümmern uns so lange um alles an Land. Schaukel! Das Karussell! Sollen wir irgendwas unternehmen oder lassen wir sie sich austoben? Oh! Die Mondkönigin wird so zufrieden sein! Ihr nennt Luna Girl die Mondkönigin? Ihr habt wirklich Fell zwischen den Ohren! Oh! 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 Niemand macht sich über die Mondkönigin lustig. Sie hat uns diesen coolen Magneten gegeben. Und wir sind hier um ihn zurück zu holen. Super Katzen-Tempo! Wölfie-Graf! Wauh! Wauaah! Wauh! Jemand muss das Teil anhalten! Aber gerne doch! Wauh! Überstürzt nichts! Ihr braucht einen Plan! Und du hast einen? Ja, aber natürlich! Wauw! 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 Juhu! Das war unglaublich. Wir sollten es zusammen machen. Welfi-Mondkraft! Welfi-Mondkraft! Juhu! 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 PJ Robo, schick den Eulengleiter her. Oh, hey! Was haben sie vor? Juhu! Magnetenwalfi springen! Das konnte keiner ahnen. Ich zum Glück schon. Steig ein! Juhu! 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 Diese Jungs machen Tricks mit dem Mondmagneten, die nicht mal Luna-Göhl drauf hat. Wir müssen wie ein Welfi denken. Und was will jeder Welfi? Festhalten, Leute! Katzerpult! Ah! Das war nicht übel, hä? Super-Katzen-Sprung! Oh, Mann! Dass ich das nicht mehr kann, habe ich ganz vergessen. Nette Sturz-Einlage, Catboy! Der war gut, Meister! Bleib stehen, Romeo! Gib auf! Sonst war's! Willst du mich etwa mit deinem Super-Schnecken-Gekrabbel verfolgen? Mua-ha-ha-ha-ha-ha! Ha! Ha! Super-Schnecken-Gekrabbel! Noch ein guter Spruch, Meister! Du bist kein Super-Irgendwas, Romeo! Und dein Schurkenkostüm sieht lächerlich aus! Oh, das tut weh! Du hast recht! Ich wollte gut aussehen und die Welt stilvoll übernehmen. Und deine Kräfte würden an mir viel besser aussehen! Du bist die nächste Vögelchen! Mua-ha-ha-ha! Eulett! Pass auf! Wow! Ah! Ah! Hey! Seht euch das an! Ah! Keine Kräfte zu haben, hat sich doch noch ausgezahlt. Ja! Bromios Strahler hat nichts bewirkt. Ich schätze, weil's bei dir nichts mehr zu holen gibt. Noch besser ist, du hast mich ohne Super-Kräfte gerettet. Ziemlich heldenhaft, wenn du mich fragst. Genau so ist es. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Ob mit oder ohne Kräfte. Geh mir aus dem Weg, Katzien! Aha! Nein! Nein! Ah! Dein Staubsauger des Verderbens ist Geschicht, der Romeo. Roboter! Hilf mir! Was ist das? Ich stimme euch zu, meine Ninja Linus. Armes Eidechslein. Dann mal los. Ninja Linus! Blattende Federn! Ich hätte nichts dagegen, wenn Gekko uns helfen würde. Keine Angst! Wir schaffen das! Locker. Sie brauchen mich nicht. Das schaffen Sie locker. Ich hab hier sowieso noch ne Menge zu tun. Ich bin ja schon fertig. Das war's mit den Klebeklatschern nach Ninja. Das Dettel mit Grummeln bringt den Berg zum Beben. Wird schon nicht so schlimm sein. Ja! Was ist da los? Euer kleiner grüner Freund hat alle meine Klebefontänen verstopft. Aber wenn der Berg Klebeklatschen muss, muss er Klebeklatschen! Was soll das heißen? Mögt ihr gigantische Vulkanausbrüche, bei denen so viele Klebeklatscher den Berg runterfließen, dass sie die ganze Stadt überfluten? Äh, nein? Dann wird euch das nicht schmecken. Eidechsenfuß hat mir einen Gefallen getan. Da wär ich nie draufgekommen. Obwohl ich böse bin. Gekko! Keine Angst, Leute. Die Fontänen sind dicht. Alles ist in Ordnung. Ah! Oh! Ah! 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 Passt auf! Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt. Wow! Wow! Was machst du? Ich werd euch zeigen, dass ich es drauf hab, indem ich euch einfach alle besiege. Äh, was du da sagst, würde normalerweise nur ein Schurke sagen. Langsam, Gekko. Er ist nur ein großes Kind. Er weiß nicht, was er tut. Noch nicht. Ah! Wir müssen ihn sofort aufhalten. Ich lass mich von ihm jagen. Und Gekko, kannst du ihn dazu bringen, nicht mehr zu rollen? Eulett, du fängst ihn mit deinen Eulenfedern. Vielleicht können wir ihn ja wieder zur Vernunft bringen. Hey, Gürtel-Till! Fang mich, wenn du kannst! Ich krieg dich! Verlass dich drauf! Ich bin hier drüben! Komm schon, lahme Schnecke! Ich dachte, du wolltest uns zeigen, was du drauf hast. Wirst schon sehen! Da wär' ich mir an deiner Stelle nicht so sicher. Super Gekko Muskeln! Jetzt übernehme ich! Eulenfedern! Wir haben ihn! Gut gemacht, Leute! Wow, er ist super stark, hat einen Schutzpanzer und er kann Tunnel graben. Von wegen, ich wär' nicht gut genug. Bald werde ich der einzige Held in der Stadt sein! Mhm! Mhm!